und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge skyfactory 2 moin ich bin auch mal wieder dabei wie bis jetzt jede folge ne tu es nur so in wirklichkeit war hier immer so ein mpc dabei der hat sich nur so genannt wie du also wie ihr seht eine kleine verbesserung da drüben nein aber fein aber es sind ja nicht immer die großen dinge im leben genau her serve das mal ne ne ich kenne das bloß andersrum natürlich 38 gravel habe ich jetzt momentan ich hau gerade mal ein bisschen gravel hier durch achso du auch ja warte nimm mal ja ähm zack kann man auch irgendwo stringen genau ich mach mal noch ein sieb äh wenn du magst ne sonst gib du mir dein gravel dann kann ich schon mal weiter also wieso ich kann auch noch ein sieb herstellen ja du willst bloß selber seiteins rot durchhauen oder was ja ja ähm holz dauert glaube ich auch nicht mehr so lange dann haben wir den autonomus activator den aktivator also uns fehlt sowieso noch ein bisschen zeug dafür das müssen wir noch erfahren guck gerade also gleich nochmal was wir noch für minikio wie stellt man denn her was wir für crops herstellen können damit wir die nächste stufe für den stone da bekommen ach da sticks braucht man genau ja ähm zack 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 eins zwei ich hab mal noch zwei siebe hergestellt ok die brauchen wir so oder so aber wo soll ich die hinstellen was hältst du davon ah ok warte mal war ich hab mal das feld noch ein bisschen erweitert ah super mit dem minikio senzen ist ein bisschen äh mit minikio pflanzen ist ein bisschen doof dass man da schaden bekommt naja musst du abkönnen ja abkönnen schon aber trotzdem stresst du ein bisschen ähm wo kann ich schon ein athlete siebrei noch hin tun schau das einfach mal hier hinten irgendwo hin war hier nicht irgendwo schon ein seed zack hattest du nicht schon so ein minikio seed gemacht? ja hab ich ach so der den du angepflanzt hast genau mehr nicht oder? der hatte ich bisher nicht hergestellt oder ich glaub ich hab sogar zwei hergestellt ein oder ne ich hab zwei hergestellt eigentlich ja zwei sind drin ok 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 momentan sieht man wie ich hier äh gravel durchsiebe sehr spannend dagegen mega scheiße ja ja aber es muss getan werden ja 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 ähm wenn diese folge online kommt soll man machen dass wir irgendwann die map zum download freischalten oder so ja guck mal was ich hier in der in der hand hab anguck was hab ich hier was hab ich hier nur einen neuen seed ahhh schlag mich deshalb ja ja macht er hier den die seed du wolltest nur dien sei doch sei doch ehrlich ne ähm wir brauchen die essenzen für die nächste struktur ja ich weiß aber du kannst halt alle essenzen nehmen du brauchst halt nicht diese eine essenz sondern du kannst einfach alle nehmen also eine von alle von einer art so scheiß drauf MLG so ein bisschen sand durchsieben noch ich hab hier noch Aluminiumohr wo bist du hier kannst du dich ja nochmal drum kümmern warte ganz kurz gleich jetzt versteh ich das ok jetzt versteh ich das ok ich werf dir hier mal ein paar sachen hin ja warte ich hab noch ein emerald ich hau jetzt noch mal sand durch die siebe ok bekommst du das gleiche glaube ich fast ne nur ein dust ja genau und äh zertus quartz kristalle guck mal ja stimmt kristalle richtig mhm oh nice ich glaub zertus quarts brauchen wir auch irgendwann für im äsisten ja genau genau das kommt ja jetzt als nächstes ja ja wir müssen mal versuchen dass wir irgendwie die ganzen crops herstellen und wir brauchen essen wir brauchen essen ich kümmer mich gleich noch mal ein paar potatoes und die herzen noch ein bisschen ohr ich bin ja schon dabei die crops herzustellen zack 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 lol ich glaub am meisten lohnt sich an sich jetzt erstmal ähm wie heißen der müller hm äh am meisten lohnt sich erstmal jetzt gravel durch zu durch zu jagen ja gravel lohnt sich momentan viel ich könnte noch mal da hinten zur mob farm gehen noch mal guten tag sagen zu dem dem ich weg gesprengt haben die da mal zerstören oder was ne die ist ja jetzt eigentlich schon sicherer also gegen explosion was heißt hier eigentlich keine ahnung wenn hier so ein hardcore creeper jetzt ist naja jetzt musst du wieder ausreden oder was der gecharged ist vielleicht klickt er die ja trotzdem down oh grandmastered habe ich dir jetzt meine flint hatchet ok und hatten die dazu bekommen was noch mal das höchste äh ich glaub wirklich grandmaster nein ich glaub godlike ah ja godlike genau sowas in der art ja Alter diese mini zombies wahr die gehen mir schon so hart auf die nerven ja die kommen mir jetzt hier so rausgerusht ich hab nur noch hälfte leben oh da ist ne hexe hm ich will die sachen haben das ist so richtig buggy dass du da nicht dran kommst ich hab keine spitzzacke dabei natürlich das war jetzt mal wieder klar Mensch hm könnte ich das schaffen wenn ich das jetzt ja abbaue einmal durch zu hm ich muss dir jetzt kurz was machen so ich brauch dir die lootbags da ist sogar ein legendary mit bei ah nice ich tu mal kurz die lootbags hier hinten rein dann bisschen umsortieren zack 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 ähm glasbottel kann alles weg gerade hier kann ich da hinten noch was rein dann hier hinten noch was rein guck mal eben noch mal was wir für den ähm höh autonomen activator da trocken autonomes aktivator hin genau tin hab ich da vielleicht nicht schon ja ein tin du hängst schon wieder ne eigentlich nicht doch bei dir vielleicht weil du den baum abbot hast oder ne ähm full mighty bin ich jetzt also heroic heroic bin ich jetzt mit der ich bin fast durch mit der spitzhacke äh mit der mit der axt so aber die macht immer noch nur äh acht schaden und ist immer noch reforced plus ein modifier habe ich bekommen achso ich hab one ich hab einen platz bekommen für ein modifier so so mhm was wollte ich holen genau cobblestone ich brauch erstmal cobblestone zack zack sechs stück muss reichen so dann holz holz hatte ich doch hier gerade noch irgendwo und verarbeitetes da zack dann so und nochmal weg hier also drei eisen habe ich jetzt schon hinter also drei eisen habe ich jetzt schon hinter also drei eisen habe ich jetzt schon hinter mal kurz hier wieder alles weg racken zu töten sterb oh ja ist das schön alle monster zu töten boah shit ich bekomme die hier nicht gecleared oh meine achse ist legendary ich glaube legendary ist für godlike oder kann sein oder legendarys letzte wer weiß ich weiß es nicht so so ich tue mal eben ein bisschen crops hoch damit ich den nächsten stein bekomme ich weiß nicht ob das jetzt so wirklich eine gute idee war komm mal eben was ist entweder mit einer trapdoor was hast du denn gemacht ich habe hier mal eine trapdoor hingesetzt statt eine türe weil die zombies können die ja nicht kaputt machen das stimmt aber ich weiß nicht ob die ob die creeper davon mit beeinflusst werden achso doch ich glaube das schon das bestimmt wir brauchen halt mal eisen ja ja ich habe schon wieder drei eisen warte warte ich schon eisen ich brauche fünf eisen ja fünf eisen haben wir echt dann haben wir aber keine eisen mehr dann warte ich noch ne dann haben wir trotzdem noch zwei eisen guck doch mal hier in die kiste wir waren hier schon die ganze zeit fleißig am warte mal ich muss mal die bögen alle zusammen machen so schippen da rein so ist das tool inizio sense zack schombie brain was das hier noch rein ja klar was hat noch 70 und das andere zum people kann man ja gar nicht rein tun stimmt 5 5 4 1 noch ok perfekt was soll ich denn den bogen hin tun kann man den recyceln ok alles gut gut wir hatten eisen sagst du wir hatten eisen sagst du eisen warte mal 1 2 1 2 zack ja fünf stück brauche ich mhm kisten kisten hatten wir nicht noch kisten irgendwo rumfliegen äh das weiß ich jetzt gar nicht ne ich glaube ich habe alle verbaut na gut ähm mach ich hier nochmal eben kurz die kisten und doch da war noch eine kiste hab ich doch gerade gesehen doch da mach ich noch schnell die den hopper fertig ok dann muss ich die folge aber schon beenden ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja und lasst einen daumen nach oben da kann ich sehen dass euch das projekt gefällt also bis zum nächsten mal haut rein bis dann tschö tschö